Dresden, 3.1. 2022 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und tatsächlich hier auch ein paar Gegendemonstranten, Mainstream-Media sind keine Lügenpresse. Der Mann, der in Montenegro sitzt. Der sitzt nicht in Montenegro. Der hat seinen Steuersitz in Montenegro. 18.10 Uhr in Brez am 3.01.2022 eine Veranstaltung von Menschen, die alle Menschen inkludieren möchten, unabhängig von ihrem Zustand der Impfung, Genesung, Testung, alle werden inkludiert. Hallo Ari! Die Anzahl der Teilnehmer können wir auch nochmal feststellen durch Zählung. Von hinten nach vorne einzeln durchzählen. Sie müssen ja gar keine Besicht des Bandrer machen. An der Bandenheilende da wissen wir ja gar keine Besicht. Die Anzahl der Bandenheilende da sind. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.